Also das kann so ein bisschen doof sein, wenn es da so drüber ist. Ja, das sind ja die Stellen, die bei mir auch nicht gerade angenehm sind. Aber guck ich mal. Ah, das geht nicht, glaube ich. Ja, das kann sein, es ist ein bisschen wehrig jetzt schon. Hat schon getreten. Ja, das wird gut ausgelärmt. Klappt. Kann es nicht der Papa sein. Hast du es jetzt schon da oben? Ja, der Kopf ist schon da. Das war es schon. Gibt mir mal das für den Schallkopf. Auch immer so. Mal gucken wir nochmal. Und da ist das Köpfchen. Der Rücken ist jetzt da. Ja. Herz wird schlecht. Ja. Wer geht gar nicht. Das war Sand, oder? Ja. Ich bin echt falsch. Ich bin echt falsch. So. Ja. Ja.